Ja, ich glaube auch nicht, dass diese Runde jetzt hier berauschend wird, ne? Ja, natürlich, ich werde hier euch alle durchziehen. Ja, klar, okay. Ich habe es vergessen. So ein Pro-Gamer wie dich, ne? Den hält so eine Auszeit nicht auf. Oh, ich glaube, vielleicht ist es ein Totem. Boah, die sind so laut. Oh, der ist schon bei mir. Ich kipp aus. Ja, dann siehst du ja jetzt den Pyramidenkopf, ne? Ja. Ich sehe den hübschen Rock. Wo muss ich denn lagen? Aber die Map kennst du noch, ne? Ne. Auch nicht mehr. Kenn ich nicht. Also wir sind am Jammen. Oh, ich finde auch, was war das denn? Achso, er kann so einen Graben setzen. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Das mache ich jetzt. Was machst du jetzt? Gar nichts. Du kannst nichts machen dagegen. Du kannst, äh... Er kann dich hinterher in so einen Käfig sperren. Wenn du diese komischen Stacheldraht um deinem Profilbild hast. Also alles gut, alles gut. Der ist nicht mehr hier oben, ne? Ne. Er ist unten im Haus. Ja. Wir sind oben beim Jammen. Okay. Aber jetzt am PC, da kannst du noch die 360s raushauen, ne? Trimmt. Kommt er jetzt schon wieder? Er ist unten bei uns, als würde er ins Haus rein. Er kommt von der Seite. Jo. Fänger hat durchgezogen. Er kommt hoch. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ach, ich habe ja noch Sprint-Boost. Jo. Mach erst da hinten. Wo bist du eigentlich, Pflanze? Ich bin an der Straße bei einem Generator. Ach, am Ende der Straße? Na, da, wo er jetzt gerade ist mit dem... Ach so, da. Ja gut, auf der anderen Seite ist auch ein... auch ein Generator. Das heißt, du kennst ja auch gar nicht die Segen-Totems, ne? Oder? Kennst du die? Kommt jetzt hier hin. So, ich mache jetzt gleich so ein Totem. Das leuchtet blau. Du kannst die Aura sehen über die gesamte Map. Und dort, in dem Umkreis, macht er so eine blaue Aura. Und da kannst du dich heilen. Da hinten. Oh. Ja, ich bin in der Nähe von ihm. Geht zu mir. Na ja, er geht zu euch da hinten, ne? Also, wenn ich den Generator-Watt gemacht habe, war... Oh, jetzt hat er mich gesehen, glaube ich. Wir sind in der blauen Aura. Ja, auf jeden Fall kamen ein paar Änderungen zu damals. Die Gents, wenn du die alleine machst, ohne irgendwas, brauchen sie zehn Sekunden länger. Hey, warum? Wenn du alleine bist? Ja, nee, du brauchst es normal damals immer 80 Sekunden alleine, ne? Ja. Oh, er kommt jetzt hier hin. Fang. Keine gute Idee. Ich bin mir überfordert, weil ich mich, was ich machen soll. Mach Chance, mach Chance. Ja, ich bin dabei, ich suche mich, aber... Ist doch so dunkel, ey, da sieht nichts. Oh, ich sehe dich. Du, wie du siehst nichts, hier ist voll hell. Ich sehe nichts. Stop-Luster bei mir. Vielleicht solltest du den Bildschirm anmachen. Ach, die Lösung. Ja, ich dachte, so ein Programm wie du kriegst du auch ohne Bildschirm hin. Ja, ich gucke normalerweise nur mit einem Heimorgang. Ja, ich würde sagen, machen wir erst mal hier durch. So, mach dir das dann. Ach, er jagt, glaube ich, oder? Na, zieht durch. Na, du schon hinterher. Ja, er zieht durch. Ich mach den Generator weiter. Na, ja, mach mal. Ja, ich wollte gerade zu dir hochkommen. Ich wollte gerade zu dir hochkommen. Ich schreie hier die ganze Zeit rum. Wow, 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 wow. Alter, ich bin erschrocken. Alter! Boah, ich bin direkt am Killer vorbegegangen. Hm? Ja, du hast ihn gut abgelenkt. Mach doch mal Platz, Alter. Was macht er jetzt? Hier kann ich mich ja jetzt hier heilen. Äh, da steht Selbstgenesung oder Selbstheilung steht da irgendwo. Ach, na toll. Ach, du warst doch gar nicht verletzt, oder? Ja, aber wieso sagst du mir was von wegen, äh... Dass ich mich selbst heilen kann. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Ich hör auf nichts, ne? Ja, ach so, du müsstest die Sound-Einstellung ein bisschen runterdrehen. Das ist zu laut sonst. Ich hab, glaube ich, auf 40 runtergezogen. So. Welchen Perk hast du denn von ihr mitgenommen? Selbstversorger. Ist doch, glaube ich, der einzige von ihr, den man braucht. Hä? Was macht der denn jetzt? Ach so, ja, genau. Weil du diesen in seine, äh, komische Grube da reingelaufen bist. Na ja, macht ja so einen komischen Strich auf dem Boden. Ähm, da kann er dich in so einen Käfig sperren, anstatt aufzuhängen. Heute ist mir direkt nebenbei gelandet. Mhm. Das ist immer eigentlich, äh, gegenüber, auf der Map, wo er dich, äh... Ich hab meine Maus ein bisschen, äh... Zu unsensibel. Eingestellt. Ja, 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 ja. Bist du da in der Nähe? Ach, der Keller ist da hinten. Ich guck mal, ob da irgendwie ein geiles Item ist oder so. Okay. Oh. Ich hab eine Taschenlampe gefunden. Oh Gott. Der Herr. Guten Tag. Hi, hi. Siehst du nicht überhaupt, wenn es so dunkel ist? Ja, knapp. Ist das ein Hütchen? Ich dachte, meine Skill-Häfte... Ja, der ist fast fertig. Ja, gehen wir hin, gehen wir hin. Ich dachte aber, meine Skill-Häfte Aura erleuchtet hier quasi die Nacht. Ja, hat sie auch. Mann. Ich hoffe, er hat keinen, äh... Nöte dabei. Ey, komm, lass uns das mal heilen. Achso. Ja, mach, was du meinst. Easy going. Ja, 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 mach mal keinen Stress. Ich kann auch. Ich kann auch machen, oder? Ich würde sagen, ja, mach mich ganz auf. Ich glaub, wo er noch ist. Keine Ahnung. Oh, da hinten. War der denn schon angeschlagen? Was meinst du mit angeschlagen? Hat der schon die erste Tufel? Ja, ja, der war schon. Der hat auf jeden Fall keinen, äh, Nerd dabei. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo er ihn hinbringt. Keine Ahnung. Ja, gut, kam frei. Also easy going. Ich hoffe, er lässt sich nicht zu viel Zeit, verdammte Scheiße. Ich hab eben ein Flashlight-Safe gemacht. Ich brauche immer nur neben dem Killer stehen, wegen der skillhaften Aura, weißt du? Okay. Okay. Sehr du? Easy. GG, easy. easy. сяgdus. Scheinheit ist mein zweiter Vorname. Haha. Okay, was sagt der Killer jetzt? Warte mal kurz. Man hat ja hier einen Chat, ne? Das finde ich ja gut. Colty sagt chill guys, I would let you go. Oh, sure. Oh Gott. Ja, war doch eine super erste Runde, ne? Ja, Toxic Killer. Haha. participate bei dem! Untertitelung des ZDF, 2020